Als ich geschrieben habe, sehr oft habe ich das Text irgendwie so nicht aufgeben. Steh wieder auf, hofft noch. Also als Musiker haben wir diese Aufgabe, in einen Raum reinzukommen, ein Licht reinzubringen, euch Hoffnung zu geben, ein gutes Gefühl zu geben, nach Hause zu gehen und denken, ja, das hat sich gelohnt, ich bin froh, dass ich da hingegangen bin. Und das ist meine Aufgabe, das euch zu geben. Und bei diesem Lied, als wir das geschrieben haben, es ging um einfach meine Kinder zu schützen und von alles, was böse ist, das da draußen ist. Und ich meine, wir kennen das, wir sehen das alle und den meisten wollen wir eigentlich nur vergessen. Aber Kinder zu schützen ist halt unsere Aufgabe. Und da habe ich gemerkt, als ich das Lied geschrieben habe, dass irgendwas fehlte. Und dann habe ich meine Frau, meine wunderschöne Frau, angerufen, der heute hier ist. Also die Josephine ist da. So wie mein Vater immer sagt, wenn du Liebe findest, dann festhalten. Ich habe einen ganz starken Skal. Und diese zwei Kinder, die sie mir geschenkt hat eigentlich. und uns auf die Welt gebracht hat. Als wir dieses Lied aufgenommen haben, dann habe ich gesagt, irgendwas fehlt in diesem Lied. Und dann waren die zu Hause und ich habe mich angerufen und gesagt, komm bitte hier. Und dann sind die ins Studio gekommen und dann haben die auf dieses Lied gesungen. Und das hat sich für mich dann das Lied einfach auf das magische Ebene dann geschafft. Und wenn in diesem Moment, wenn ihr die hört, wenn ihr mitsingen wollt, macht es, weil ihr seid auch meine Familie. Und dann sind die Leute, 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 die Leute Vielen Dank.